Sie sind hier 28. August 2018, 10.48 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten, Vergrößern, Verkleinern, Venus Williams, Links, Macht bei Ihren 20. US Open auf Kanarienvogel Lanzfrau Eija Mohamed sorgt ebenfalls für Farbtupfer-Urheberrecht Getty Images, die US Open beenden traditionell das Grenzlämjahr. Eines ist in New York immer geboten, Show. Sport 1 zeigt die besten Bilder aus Flushing Meadows. Die besten Bilder zum Durchklicken, die US Open in New York bilden traditionell den Abschluss des Grenzlämjahres und bedeuten immer eine große Show. Starauflauf auf den Tribünen ist garantiert, aber auch auf dem Platz sorgen die Spieler für reihenweise Hingucker, Sport 1 zeigt die besten Bilder aus Flushing Meadows. Starauflauf auf den Tribünen